Ich glaube, da vorne haben wir einen Schwanentanz. Wenn sich das eine im Kreis dreht und das andere das anmacht. Wobei? Doch, das ist ein Schwanentanz. Vorher habe ich zwei Schwanen gesehen, fliegen. Und dann den Hintern im Vorderen hineinpissen und ihn wieder von der Luft runtergeholt. Es könnte sein, dass der Schwan dort draussen ist. Ich glaube nicht, dass man das auf dem Handy sieht. Auf jeden Fall hat es wieder von der Luft runtergeholt und dann sind beide wieder im Wasser gelandet. Jetzt sehen wir, wie sie sich drehen. Wir haben den 21.03.2023. Ich bin ein bisschen raus. Ich habe vorher noch ein Video gemacht zum Thema Sigmund Freud. Also zum Thema Grundeinkommen Sigmund Freud. Ich glaube, das reicht so. Ich habe Angst, dass ich so eine Vögel füttere. Das haben die noch vorher gehalten. Das ist das da. Das ist vom heutigen Morgen. Ich sit?」 Ich meineこんにちは. Das war's.